Hallo und herzlich willkommen zu CTT Folge, keine Ahnung wie viel. Heute spielen wir mit der Andi. It's Phoenix. Mit Liebe, hallo. Ja, nicht nichts mit uns. Der Karate Romy. Servus. Der Krypto, der ein bisschen salty ist. Ich bin nicht was salty. Mandan. Hallo, heute ganz viel Liebe. Love is in the air. Oh Gott. Wir haben schon wieder, wir haben schon wieder. Peng. Hallo. Hi. Du hast jemanden vergessen, Hina, was bist du denn? Nee, Viola haben wir nicht vergessen. Die hat gerade verloren im 1 gegen 1, ist egal. Die View ist wohl... Oh, nice. Mir geht's noch selber. Oha. Mal ein bisschen länger. Wirklich. Oh, scheiße. Ich bin in Ruhe. Scheiße, jetzt hab ich ein Problem. Ich bin in Ruhe. Alter! Hallo Omi. Dickster. Ich hab gesehen, du Fuhr. Scheiße, 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 scheiße. Urgemacht, Vorakel. Scheiße, scheiße. Was hast du gesehen? Ja, schieß nur den Deta an. Direkt da drin der Hölle. Da ist Masa Kapusier. Scheiße. Alter, war das schön. Ich bock der Kack nicht. Du darfst nicht vordern. Witzig ist ihm zu blöd geworden. Ja. Den muss man auch 10 mal umbringen, dass er mal nicht Chicken Chins puckt. Wie hast du, was hast du gesehen bei mir? Gar nichts. Er war schon lange hin, wie du gekommen bist. So, und die Vio spielt auch mit. Die Vio warten hier noch mit dem Server deswegen. Ja, jetzt will ich aber nicht mehr. Du bist ein kleiner Dressen, Romy. Ja, okay, dann geh ich wieder. Was ist noch viel geiler gewesen? Das ist ein typischer Singlespruch, die du gehört hast. Was ist noch viel geiler gewesen? Was? Ich Jakaal und du Traitor. Das wäre auch episch gewesen. Ja, du hast eine Karte getroffen. Nein, nein, ich wollte die zu treffen. Ja, genau. Oh, das ist auch mal eine schöne Küche. Schön lila. Der fein Jakaal, nur zu ihm. Hallo. Ich prove den Sully. Ja. Okay, du hast dich zu weit gestorben? Ja, ich habe den Sully. Sully ist auf jeden Fall safe. Hm. Hm. Ah, du hattest second chance. Ich weiß aber jetzt gar nicht mal, wie die Golden Eagle auf die Jakaal reagiert, gell? Ja, jemand hat die Golden Eagle auf den Jakaal reagiert, gell? Das war ich, hier. Äh, warte, da hatte ich mit Romy, wo ich Jakaal war, da kriegt der Jakaal Schaden, aber keiner steht. Hallo. Das ist alles richtig. Also Sully safe, ne? Möchte ich nur noch mal betonen. Haben wir einen Jakaal? Ja. Dann ist Sully aber nicht safe, weil der stirbt durch die Golden Eagle nicht, gell? Sei ruhig. Ich bin, ich bin safe, ich bin safe. Ich, äh, prove den Krypto. Bitte? Bleib stehen. Dreh dich mal um. Hm? Umdrehen. Äh, das war ja schon. Oh, zu, zu, zu spät. Hab daneben. Was? Aha, ich hab noch einen Schuss. Äh, nehmen wir den Sturm. Ne. Hm. Äh, der Ali springt einfach runter. Wie ein Ninja. Hallo, das ist hier der Verkaufsbereich. Gehst du bitte? Ja, scheißegal. Gehst du bitte weg? Ja, Alter. Ich bin nur da gestanden, Alter. Ich hab mir so gedacht, okay, gehst du deiner, ne? Omi, lass mal bitte deine Shotgun fallen. Ich tausche. Ich möchte einmal tauschen. Danke. Okay, jetzt hast du einen gut bei mir, Mensch, Karate. Wenn du noch Tee bist, dann darfst du mich jetzt töten. Warum sind wir die töten? Keine Ahnung, wenn du töten. Ja, ja. Oh, Gott. Alter, wieso stehst du hinter mir? Das war jetzt? Ihr Scheinheilige. Was war jetzt? Was war jetzt? Dieser Bastard. War das random? Nein, der hat auf mich zuerst geschossen. Oh, Gott. Was ist das? Lol. Jo, was ist das? Viola brennt einfach ab. Angst. Ich muss mit der Hand in Ruhe. Alter, das macht's dir schon. Ich verfolge dich. Ich werde dich nicht aufnehmen. Alter, ob ich dich nicht aufnehmen kann. Ich werde geschlagen. Ich werde dich noch verbrannt. Ich tue euch nichts. Trink mal in Ruhe lassen, Phoenix. Oh, hier gibt's Snacks. Krypto. Ey, Krypto. Das ist unglaublich. Adi, untersuch. Krypto ist es. Oh, der war schon klar. Okay. Naja. Das heißt nicht, dass du inner bist. Ich. Krypto, Second Chance. Krypto, Second Chance. Ja, bleib im Knife. Alter, Krypto. Kannst du mal ein bisschen ruhiger bleiben hier? Bleib einfach mal da. Das ist unglaublich. Geh mal weg mit dem Knife. Also doch nicht Second Chance, oder was? Nö, ich hab ihn nicht. Pech muss man haben. Äh, Mandan? Ja? Kannst du mich schalen? Nö. Geilster Detective Ever. Lass du mich durch, Sally? Ja, natürlich. Wir können einen Glück machen. Äh, da ist... Sally hat grad wen umgebracht. Ich hab niemanden umgebracht. Das war vorher Glück, Sally. Ja, das war vorher Glück, so. Ja, das war vorher Glück, so. Der hat mir ein Mail und hat da reingekommen. Nein, ach so. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Kann mich jemand bitte heilen? Danke, Hina. Tut's mir leid. Ja, Entschuldigung. Was? Du rennst dahin? Ja, Hina, bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ah! Da, hier, hier. Ich hab' dich geschossen. Ja, ich hab' dich geschossen. Andi! Nein, 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 nein. Hina, das ist... Wie? Hä? Ich hab' den Andi, äh, auf jeden Fall confirmed. Lieber Detective, könnten sie mich kurz heilen? Der second chance. Alter, wie random. Jetzt hab' ich Andi ungebracht. Ist nicht random. Mann, 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 Mann. Kannst du mich heilen? Äh. Ich bin safe. Ja, jetzt hab' ich Andi ungebracht. Ja, ja, ja. Komm mit, Phoenix. Was? Du kannst dich auch gleich heilen. Nach, äh... Warte kurz. Nach, Sully. Beschütze. Lange, Sully. Du kannst wieder zurückkommen. Phoenix. Bitte. Ich hab' sogar noch vier Punkte, Alter. Oh nein, 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 nein. Ah, danke. Okay. Doch nicht heilen. Also, das war aber mehr als random. Hina, nein, das war kein random. Guck mal, doch. War doch nicht Golden Eagle? War doch nicht Golden Eagle? War doch nicht Golden Eagle? Nein, das Sully war durch die Golden Eagle confirmed, okay? Richtig. Ich hab'n Traitor umgebracht. Richtig. Und den Jakar. Richtig. Dete. Du Schockier waren gut. Dankeschön, Hina, ne? Ja, bitte. Hast mich fast getötet. Ich weiß, wollte doch. War ja Traitor, genau. Ah, ja. Hast du schon wieder verkauft? Nein, nein, Burak, du hast mich nicht gekillt. Hina und mich gekillt. Nein, hab' ich nicht? Nein, Hina und mich gekillt. Okay, gut. Ich dachte, jetzt hätt' ich dich gekillt. Frotze. Krypto? Was hast du vor? Du mich grad frotze, genau geht's noch. Hast du dich überhört? Das ist ein richtiges Wort einfach, ne? Ja, ne? Alter. Hina ist es! 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 Teste. Hina ist es! Du NUTE A-Feuer! Wer ist noch Kahl, diese Runde? Noll. Was ist hier passiert, Alter? Alle sind dead, nigge? Alle sind tot. Burak. Burak? Was ist unglaublich? wo er eine große haus er hätte nicht mehr normal er hätte sich sonst noch in die Halle wir müssen wissen der Rest ich habe keine Ahnung wir sind alleine nach ist klar wie nicht wird zu bestätigen Gebet ohne ich bin eigentlich und tschüss also ich Ich glaube, Rumi ist es nicht. Der hätte mich jetzt ganz leicht killen können. Ganz leicht. Ganz easy, miesi. Easy, easy. Der Phönix. Phönix ist es. Oh, soll ich zieh doch rein? Ich hab Phönix, Bro! Was war das denn? Weiße, weil ich gestorben kann ich mich jetzt heulen. Können wir es schneller machen, denn ich muss auf Toilette sein. Geh doch, du bist doch eh tot. Ja, aber so schlecht wie du spielst, bist du gleich tot. Nein, 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 nein. Mit Anzeige. Anzeige. Hurra. Was? Jetzt Pipi machen, Leute. Du musst die Tücher, aber so, falls sie es ist. Du musst beim Pipi machen. Bring mir den Öhr mit. Wo ist mein... Oh, ich hatte gerade, ich hatte gerade Ding in der Hand. Ja, Schakal gewinnt. Ja, Schakal gewinnt. So schaut die Welt aus, Leute. Oh, Moe wenigstens. Kackfisch. Bumi, du Kackfisch. Der war so oft als Jakal gewonnen, ey. Ja. Der rumspawnt jedes Mal besser als ich. So, wer das Nacktbildfimmel möchte, bitte einmal auf Facebook anschreiben, ja? Wie heißt er auf Facebook? Ich weiß das schon, ich weiß das schon. Ich weiß das schon, ich sag euch das allen gleich. Komm doch einfach in die offizielle TTT-Gruppe auf Facebook. Nooo No... Nooo... Nooo... Bumi... TTT, 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 TTT... Bumi... Ich bin hinten Burak. Burak, wer dran mir ist? Äh... Ja, wer war das jetzt? Kann mir das jemand erklären? Wer war das jetzt Burak? Ich weiss es nicht, ich hab's nicht gesehen. Kling keiner. Ich bin Chlin. Kann mir das jemand erklären, was jetzt gerade hier Sache ist? Äh... Dein Randomart, every second could be your last. Okay, okay, okay. Da ist der Trader! Ich glaube, Hina ist eben gerade gestorben bei Makina. Nein, 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 ich lebe noch. Ich habe mich aufgepasst, dass du geredet hast, weil ich mich konzentriere. Ach so, nee, das war's für ein Glück. Ich mache meine Eltern, alles gut. Hier, Frau, ohne Witz, was ist denn das? Was ist was? Ach so. Ja, der Täter und die Trader haben einen Random Art, den können sie kaufen. Und dann passiert irgendwas randommäßig. Mandan? Hat gerade jemand in meiner Wehe gestorben? Ja, ich habe einen Mandan gerade rumgeschossen. Eina? Und das? Ja, nein, dann ist die Vio. Weil die einfach einfach rumgeschossen ist. Die Vio ist die Vio ist... Die Vio ist... Eee, guck, Gott, du Sack, alter. Richtig mies, Wio. Gib doch die Vio. Was? Alter, warum? Ach so, die... Boah, da ist noch Landen drausgekommen, ey. Was? Alter! Für die Leute, die züßen wollten. Ich hab unsicht bei der Waffen, übrigens. Ich hab keine Ahnung warum. Das gibt sich nach dem nächsten Map-Wechsel wieder. Alter, alle rennen zu den Shotguns. Oh... Neckten, Jungs. Neckten, Jungs. Geht man schon wieder um den deutschen Shotguns. Ähhh... Ich würde da nicht hinbleiben, leidem. Hier! 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 Andi! 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 Andi... Undi? Andi... Andi? Nein, hab ich nicht. Andi, wieso kriegst du damit zwei Leisen? Ja, wenn mich da einer angeschossen hat... du Fotze. Oh mein Süßer, stirbt nicht! Okay, ich geh. Woh! Was geht denn hier ab, ey? Mann, ein F.. Burikballer auf mich! Halt! Hör, 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 hör! Naja, genau so. Wohle, genau so. Ja. Schierst auf mich und dann schafft er's halt nicht zu Ende bringen. Halt's Maul, Mann. Ja, ist's nicht. Ich bin sie wegen. Scheiße, Detective, du. Gab's, gab's mehr an Dings? Ähm, nein, Krebs nicht. So, ich bin Ino, das heißt Zali oder Krypto? Krypto. Krypto. Das hab ich vor längst machen können, aber Krypto hat ein Messie in der Hand. Ach, Krypto hat ein Messie in der Hand! Alter, Krypto hast du doch G-Macken umgebracht. Ja, wenn wir kein Messie nehmen, dann hol ich schon. Willst du mich jetzt verarschen? Hast du doch G-Macken umgebracht? Hast du jemanden umgebracht? Auch nicht viel mehr als ich. Die sind alle... So, Romy hab ich. Na, du hast du nicht. Die hat nämlich Burak gemocht. Ist so. Die hat Burak gemocht. Alter, wer hat jetzt meine Shotgun? Ich. Ich. Ich hab sie. Nein, ich. Ich hab wieder ein Ino gekillt, alle. Krypto ist immer noch bei mir? Krypto? Warte erstmal. Warte erstmal. Warte erstmal. Warte mal kurz. Oh Gott, Mandarn. Oh Gott. Ich hab mich gerade wie erschrocken. Kannst mich ruhig Trattern nennen. Also, oder Mandarn ist mir egal. Gott geht da auch, aber es... Ich hab keine Mauer. Andi, 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 Andi. Ja. Herr Officer, Herr Officer. Sexy Officer, ja. Ich weiß was. Gibt's so Schakarten? Äh, Andi nicht. Ja, Mann und ich. Mann und ich. Mann und ich. Herr Officer. Scheißegal. Kannst du für mich hin. Herr Officer, machen Sie bitte die Hose auf. Muss da was überprüfen. Andi. Jetzt wies mal wie die Mio ihre Strafzettel bitte an. Was? Oh! Ich hab geschossen. Du bleib. Wer hat geschossen? Das war aus Versehen. Das war echt. Das war aus Versehen. Ich hab geschossen, Sadi. Das war echt aus Versehen, ey. Nein. So. Ich hab den Deck geschossen. Ich hab mich mal überprüfen. Ja, ja. Hab ich auch schon. Ja. Entschuldigung. Ich komm. Ich komm. Ich hab gesehen, der Omi hat mich drauf geschossen. Ja. Herr Officer, Herr Officer. Ich hab noch nicht fertig. Ahina ist die Nächste. Jeder? Jeder? Wer steht denn das auf Uniformen? Das ist ja unglaublich so schwer. Alter, lass mich ein. Oh Mann da. Der abnormal. Wer war das auch? Alter. Ja. Mein Twitter war der Torwart und es waren noch fort alle übrig. So. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.